Wo ist das Niveau? Fragt Jefi. Warte mal. Hallo? Du, Jefi hat recht, Niveau ist gar nicht da. Was ist das, ha? Ich hab doch nichts gesagt. Was ist das hier, ha? Scheiße. Du hast alle Level geschafft einfach dieses Mal. Wie immer. Nur weil du jetzt mal hier ein bisschen Glück hast. Glück? Und diesen Kerl da unten lieb ich natürlich auch immer wieder. Guck mal hier. Nein, die Plattform geht runter. Herzlich willkommen zu I Wanna Be The Borsche. Herzlich willkommen zu meinem Stream. Herzlich willkommen zu Emotional Damage. So, ich hörte du wie Mutskipps. Hier ist einer. Über 15 Stunden, ja. Wo ich mit Mega Minutes hier verbringe, wirklich. Ich hab Spaß, ich hab Spaß beiträgst. Ich wessen wir da rein. Bär da. Bär da. Bär da. Bär da. Bär da. What the fuck? Ich glaube, 9000 und 1. Das wird mehr Tote wie Popress. Aber es ist so geil, wenn du das Game geschafft hast. Kannst du sagen. Alter, ich hab I Wanna Be The Borsche durchgespielt. Auf jeden Fall. Easy. Easy. Ba-ba-ba-auf. low. B assum geschrieben. Low.